Was ist denn? Was ist denn? Diggaard auf yourself Oh, die sind beide da Ich hab dich geholfen. Ah ja, pass schnell. Ich bin nach rechts am X-Graved, weil ich nicht erwartet hab, dass der vorne nicht dort steht. Ja, aber als der rausgekommen ist, hab ich auch gleich nach rechts gesagt. Wir haben uns quasi in der Mitte getroffen. Ja, den Plan hab ich auch geholfen. Oh! Oh! Ja, ich war shot. Halt die Mitte. Ist gerade runtergespielt. Ah, Schropflinte, warte. Warte, 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 warte. Lass dich nicht holen auf Close Range, komm. Er ist da. Oh, fuck. Oh, okay. Warte, einfach mal. Lass mich jetzt nochmal. Neues. Warte. Und dann rotiert es schon von der Mitte wieder zurück. Das habe ich mal geschaut. Die Nade ist sinnlos von da zu werfen. Du kommst nicht bis zur roten Kiste rein. Mach genau null Damage. Die rote Kiste hat gerade vollbrennt. Hier. Rentsch. Hinter uns, hinter uns. Von beiden Seiten. Mach voll daneben zu. Der hat nicht umrotiert in der Mitte. Er ist einfach durchgetroffen. Aber ich habe gedacht, du wartest auf den. Nein. Ich habe in der Mitte rotiert. Warum soll ich auf ihn warten? Ich habe schon gedacht, dass er da durch... Ah, come on. So schlecht. Ah, fuck. Da steht ein Wurper K in der Mitte. Nein. Ich habe gemeint, der Typ ist immer noch in der Mitte, dass er so schnell da ist. Ich wollte ja bessere Waffen haben. Da sind eventuell Warnschatten. Pass auf, der pusht immer aggressiv. Ja. Hast du da einen CZ gekauft? Warte noch. Du hast eindeutig den Verstand verloren. Harte. Der ist da close. Der ist da close. Ja, ja. Ja, ja. Busst mich. Ich habe noch einen MP9 bei mir. Ah, der ist da hinten beim Spawn. Ich habe noch eine C-Schule gedrückt. Ja. Ja. Ich bin zufrieden. 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 Na, năml. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe in librade einen Werf geschnitten. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Boon. In dem Moment hat er 100er Timing. Halbe Zitterstruktur geben. Oh, der brennt, oder? Glauben nicht. Da ist der andere ist schon oben. Oh, der ist wirklich so leid. Ich habe einen Sagan und 50-G. Oh, der ist wirklich so leid. 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 Pfeilig an Blight. Okay, stay frosty. Ja, ja, nicht auf meiner Seite. Ja, 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 ja. Ich habe ihn gesehen und er hat sich weggedreht von der Flasche und hat mich zuerst da unten gesehen und dann war er so... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kann man sich eigentlich bei deiner Fernsteu, wo da rechts für dir sind, boosten für ihn? Ja, sie haben einen Step auf die Flasche. Der andere ist schon noch bei mir. Ich bin gerade um und habe geklickt und er ist gestorben und habe gedacht, what? Ich muss zeigen, wie die Farben war. Das tut mir jetzt eigentlich gerade ganz körig. Gott, Gott, ich nicht. Sonst mag ich dir gar nicht. So, ich muss ihn mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Grenade von oben. Die Grenade von oben. Die Grenade von oben. Die Grenade von oben. Die Grenade von oben oben. Der Grenade von oben. Boah, mit der Letzten. Boah, Andere ist bei mir, hat der Krieg. Schöööön, gewinnst du dich. Ich gehört, dass er noch mal einen Step gemacht hat, da weiß ich aber ja. Wir haben ja gerade mit. Dann habe ich einfach unter den Sieben gegeben. Jetzt komme ich mit dem Krieg. Blumenbeine. Sind ja heute zu blöd dafür. 3 Euro. Pass auf, dass sie nicht umdrehen. Boah, der hat sich boostet, kid. Ich habe einen Headshot gekriegt. Ich mache mir auch eine kleine Angst. Ich tue es, als habe ich zurückgelaufen. Kühne? Ja? Die hat es gerade aus dem Game geworfen bei mir. Ja? Bei mir statt einer Kühne hat die Lobby verlassen. Bei mir bin ich ganz normal da. Okay. Du bewegst dich aber. Das Geräusch. Ja, das Geräusch ist gekommen. Kühne hat die Lobby verlassen. Er ist schon drunter im Track gestanden bei mir. Oi. Jetzt ist er auch weggesprungen. Ja. Oh, wenn ich... Sehst du mich? Ja, ich weiss. Okay. Bei mir auch gekommen. Na? Jetzt hast du bei mir, glaube ich, wieder gestartet, das Spiel. Was? Okay. Oh, ich bin vorflascht. Oh, scheiße. Beide sind dann durch den Schlitz gamed. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Wieso? Nimm mich auch Nade aus. Wieso nimm mich Nade aus. Oh, fuck. Ich bin wieder in der Mitte. Let's go. Let's go. Let's go. Deploying Blackback. Reduce. Von mir wieder. Mhm. Bleib in close. Mhm. Der letzte ist low. Der muss ultra low sein. Die Gäste nicht drauf. Ja, Mario hat'n weiss jetzt wieder. Okay. Früher 70, ich bin wieder im gå. Stimmelvers lege. Danke. Go, go, go! Hm, mein Lieblings-Aim-Spot ist der WP in Krakett. Oh no. Er hört sich trotzdem kann droppen. Hm. Ja, ich geh jetzt aber ins Bettl. Killing, man. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.